Also erstmal schön, dass ihr da seid, willkommen. Ich glaube Standing Ovation beim Hereinkommen hatten wir auch selten bisher. Wollt ihr euch kurz mal vorstellen und uns ein bisschen was sagen, was ihr heute hier schönes mitgebracht habt? Ja, wir sind Mississippi, wir sind aus Tulln, eine Familienband und wir spielen die Musik des Mississippi und Umgebung. Okay und welchen Song habt ihr mitgebracht, ist das? Etwas aus der Hitparade von 1958, Johnny Be Good. Ah ja und ihr seid alle verwandt oder? Wir sind alle verwandt, eine Familie. Okay, ja. Da sind wir gespannt oder? Ja, also wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann... Wir lassen uns überraschen. Sehr sympathisch. Ja, dann das ist eure Bühne und viel Vergnügen. Ja, dann geht's. 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 Nein, 2'hr in God! Bis zum nächsten Mal.